Ein Tag wie jeder andere in dieser Spielzeit, nur am 9. September noch einmal ausverkauft zur Comedy Show. Die klauten am Hof auf dem Klo. Auf Seemann Tod und Teufel! Auf Seemann Tod und Teufel! Hei, ruhe, 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 ruhe. Auf Seemann Tod und Teufel! Auf Seemann Tod und Teufel! Meine Rede! Und wie lautet die richtige Antwort auf dem hier? Für immer Piraten! Jetzt geht's los! Aus dem gebeugten Käpt'n Flint wurde ein norddeutscher Jung. Nee, 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 nee! Das ist was Cooles aus Mecklenburg-Vorpommern. Ist es das? Wo liegt denn dieses Mecklenburg-Vorpommern? Ich glaube, da stehst du genau drin, du. Da stehe ich. Das ist aber eine ziemliche Brüge. Das war schön nass. Das ist ja immer, ne? Ach, Männers! Jo! Darauf erst mal ein Lübster, ne? Ja! Aber was macht denn das Bier mit? So, Ferrid, auf den Schädel! Wo kommt denn die Koks her? Mein Name ist Henry-Doc-Morde-Kai-Uwe-Uwe-Günter-Maria-Klaus-Herbert-Packier-Lex. Und das... Und das ist mein Bord. Ah, Papp. Nee, nee, nee. Das ist da hinten wie die Morningstar. Ich bin Emma von Stra... Ah, ich hab's mit Namen nicht so. Nee, Prost, nimm. So, aber ihr könnt mir vorstellen, der Typ war von der Taverne, der kann uns weiterhelfen. Ihr seid... Seid ihr der Anführer? Anführer? Ja, so könnte man mich nennen. Nein, nein, man nennt mich aber Käpt'n. Und das ist ein Teil von meiner Crew. Wir sind im Glaspool, Master Mary, habt ihr schon kennengelernt. Jim oder Spike, ne? Spike. Ja, natürlich ist ein guter, schauke Name. Es ist Käpt'n Joshua Flint. Flint? Der? Flint? Ich gehe nirgendwo hin. Ja, schließlich trifft man nicht alle Tage auf Käpt'n Flint und seine Crew. Da ist er wieder, dieser wunderbare Monolog der Emma von Straten alias Monik Thiele. Du darfst doch wohl nicht wahr sein. Du hast wohl als Kind zu nah an der Wand geschaukelt, du krummeiniger Hustensackspinler. Viel Wind, wenn der Bock furcht. Nimm deine klebrigen Spülflossen von mir, du bucklige Brotspinne. Wenn du unsere Eltern noch nehmen würdest, würdest du heute noch am Kindertisch essen. Du bist ein Findekind. Jawohl, das hat mir der Vater gesagt. Dumm wie Stoffwisch und du riechst auch so, du untersetzte Weichpfeife. Bei deiner Geburt hat unser Vater den Stolk geschossen. So erschrocken hat er sich. Nichts bringst du auf die Reihe. Wärst du ein Gewürz, wärst du mehr. Brot kann mehr als du. Das kann schimmeln. Und aus diesem ganz speziellen Anlass haben wir heute auch ein ganz besonderes Angebot auf unserem Shoppingkanal für Sie. Seemann, hey yo, Seemann, eine gute Reise in der Deluxe-CD-Extenten-Version mit über 90 Minuten Laufzeit. Auf dieser Knaller-CD finden Sie so außergewöhnliche Versionen von Seemann, hey yo. Wie Squeeze Fox Teddy Original. Ladies and Gentlemen, welcome on stage. Squeeze Fox Teddy Seemann, hey yo. Seemann, hey yo, eine gute Reise. Seemann, hey yo, auf einem Tag. Seemann, hey yo, Seemann, hey yo. Bestellen Sie noch heute Ihre Deluxe-CD-Extenten-Version mit über 90 Minuten Laufzeit von Seemann, hey yo. Zum einmaligen Schnäppchenpreis von nur 423,99 Euro. Meditation mit Nele. Ich bitte euch alle aufzustehen. Alle aufstehen, ja. Wir nehmen die Hände vor's Herz. Laden tief ein und aus. Nun gib mir ein kräftiges Ohr. Oh, sehr gut. Und nun alle gemeinsam. Nele-Fan-Straße. Nele-Fan-Straße. Captain Flint ist hier. Wir treffen uns in der Taverne und machen ihn fertig. Wer ihn fängt, bekommt eine Dauerkarte für 2022. Der Sturm brecht hoch. Was? Wir ändern die Masten. Was? Die Hochacht. Der Sturm brecht hoch. Was? Wir folgen den Geltungs. Nur mancher Sturm, Chef. Hey. Der Sturm brecht los. Was? Wir treffen die Masten. Was? Wir lassen die Wege gefährlich andere. Sie. Der Sturm brecht los. Was? Wir sind in der Luft. Was? Wir folgen den Kämpfer für Mannschaft und Schiff. Sie. Der Sturm brecht los. Was? Wir sind hier doch oben. Was? Der Torwende sind es klar, auch der Mannsdruck. Vater. Vater. Himmel, Ars und Schwirn. Vater. Donatus Experimentum. Wer stört mich bei meinen frommen Exerzitien? Vater. Emma. Ah, oh, du musst schon entschuldigen, aber manchmal... Ja, ja, schon gut, Pater, wir sind alle schon mal mit dem verkehrten Bein aufgestanden. Ich brauche Hilfe. Oh, ja, sprich, mein Kind, was ist los? Brauchst du meine Hilfe oder brauchst du die Hilfe des Herrn? Die Hilfe von beiden. Ich suche einen Mann. Zum Teufel noch mal, Emma, musst du aber nötig haben. Aber für sowas sind wir beide, der Herr und ich, doch nicht zuständig. Ach, du heiliger Amorius, auch das noch. Da ist die Liebe im Spiel. Nih, 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 nih. Nih, 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 nih. Oh, Herr, sei diese beide armen, verirrten Kinder genädigt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst es nicht beruhigen. Was soll ich machen? Oh, 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 oh. Hä? Ach, Himmel, Arsch und Schwirn. Joshua, ich darf doch Joshua sagen. Ich bin, 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 ich bin. Ich bin, 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 ich bin Da sind wir wieder mit unserer kleinen Verkaufsshow für die ganze Familie. Der Traum vom Fliegen. Für Jim ist er endlich wahr geworden. Bestellen Sie noch jetzt und genießen Sie die Schwerelosigkeit über den Dächern Curaçao. Inklusive des Bonus-Tracks erdverbundener Ureinwohner. Jetzt zum einmaligen Schnäppchenpreis von nur 798 Euro. 990 Euro. Wir spielen eine Szene hier. Was machst du da? Ich bin traurig. Stoffsaugen. Warum das denn? Du musst so sauber sein. Ist ja wohl nicht wahr. Verpiss dich. Verporten. Ich heiße Verporten. Das dauert ein bisschen. Das dauert. Das ging bei mir auch als fast. Ihr macht das jetzt hier und sofort. Wie, wie, wie. Was? Moment mal. Geh so vor. Vor die ganzen Leute? Ja. Ne, blech. Ich... Das mach ich nicht. Weil immer wenn ich mich austräg, dann guckt er Meri mich immer so komisch an. Du stell dich mal nicht so an, mein Freund. Ja, wohl recht. Hat er dann recht. Ja, ist ja gut. Ich mach ja. Seid ihr soweit? Ja. Ja, los. Geht doch, Meri. Warte mal, die Weiber auf Santibar, die muss ein Hummel gewesen sein. Kommt das Kleine auch in meiner Größe? Oh ja, Meri. Was soll ich tritt mir ständig vorne auf den Rand? Sau. Was? Ey, alle. Nur weil ich ein Hummel am Trecken hab, das ist wirklich aber ganz schön inadäquat. Was? Mach Sau. Ich sagte Sau. Doch, schau bitte. Der Rand an einem Kleub heißt Sau. Ach so. Ja, dann lernst du das doch gleich. Und eine Frage nach dem Pater kann ich euch antworten. Er befindet sich oben im Amtshof bei der Kirche mit Zweig. Und sein Name ist Pater Wim mit den Grotenäumen. Was? Wie heißt ihr? Wim mit den Grotenäumen? Sie haben keine Weiber. Das sind die Piraten. Es gibt keine Zukunft für Wayne und für Flint. Ich gebe euch alles, was ihr verlangt, und nun bitte, 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 ich will zu meiner Mama. Du, Kletz! Kann man das? Ja, ich bin glatt, Kletz! Der Mann ist wohl ein Mädchen. Oder hast du noch einen blöden Spruch auf Lager? Alter, komm, komm her! Du, Herr Gassi! Du herrheilige Schwein! Ich war ein Kilokapital, für den komm ich gleich. Ich jüngst, warte, die Eiffel, kommen wir zu dir! Schnapp, Sie euch! Ah! Oh, what the f***? 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 Come, let's go. The birds had today a calm day. Come on, come on. Yeah, I'm already there. The gaul is a bit longer. Oh, God. Wait a moment, I have to get water. Come on, come on. So, what is it now, men? The formation? Come on, come on! Formation! What the f***? I'm going to get a trap. Come on, come on! I'm going to get a trap. I'm going to get a trap. Oh, come on. Das ist der längste Zanker, den ich je gesehen habe. Hier, Captain, reicht das? Ja, ihr wisst schon, dass ich mich damit zum Affen mache. Aber guck mal hier, du. Verhandlungen im Namen der Unterhose. Passt doch ganz gut zu unserer Kack-Situation. Wirklich witzig, Master Mary, wirklich witzig. Los, morgen, Blackie, ihr gebt mir Feuerschutz. Feuer einstellen! Nicht weiter feuern! Mäder von Straten hört mich an. Ich habe eine Angebung zu machen. Du, meine Mutter hat immer gesagt, vor nichts zu sehen. Mein Vater hat immer gesagt, ihr lernt ein berühmliches Handwerk. Und nun? Ja, nun sitzt ihr gemeinsam mit Freunden in der Scheiße. Na, komm. Mein Sohn, bevor du deinen Arsch zukneißt, bekenne... Bekenne deine Sünden. Und er hat das Recht, noch ein letztes Wort zu sprechen. Schon gut. Ich war nie besonders gläubig. Aber ich werde nur etwas sagen. Los, rede, Pirat! Aber kurz und schnell. Ja, ich bin Charles Wren, Räuber zur See. Und nach den Gesetzen einiger weniger, die diese Länder, wie auch das eure Regierung, vieler Verbrechen schuldig. Ich habe nie den einfachen Mann, die einfache Frau aus dem Volk belogen und betrogen. Ich stand immer zu meinem Wort und meiner Tat. Ihr müsst euch nicht vor mir und meinesgleichen fürchten, sondern vor jenen, die Wasser predigen und weinen saufen. Vor jenen, die eure Kinder töten und euer Hart und Gut rauben. Es reicht, Paine. Seht ihr, sie fürchten die Wahrheit. Sie fürchten euch, das Volk. Denn ihr seid viele und stark und sie nur wenig und schwach. Sie wollen nur euer Gold und eure Seelen und sind dafür bereit, über Leichen zu gehen. Überlegt euch so gut, wem ihr in Zukunft folgt. Schweig, ähn sich Pirat! Macht ein Ende mit ihm. Ich folge Leuten, wie fehlt uns selber. Macht es wie auf Grand Turk. Befreit euch von den Zwängen der Obrigkeit und vergesst nie, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Ähm, Ausführungen, Henker, sowas zu tun, was du und so. Ihr bleibt. Ich gehe. Blech ihn! Ihr ist gefunden oder auch ihr gesuchtet. Ein fliegendes Schiff. Ihr braucht, was du und so. Ihr braucht, wie vieleraelys. Wollt ihr, was du in Zukunft. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Wenn du hier. Ich gehe. Ihr habt verloren. Nein, 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 nein! Das hat dir der Teufel gesagt! Heute back ich, morgen traurig und übermorgen, da hol ich mir den Blitz! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Ohne einen weiteren Schuss abzugeben, verließen die Morningstar und die Walras den Hafen von Willemstad auf Curaçao. Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Mitstreitern über den Sommer für einen fantastischen Sommer. Der Team längst Musiker ausgesinnt, und da fängt der Fenster an. Schließend vorstelle ich meine Damen und Herren! Wir haben ihn in die Luft gejagt und er ist trotzdem da, der fliegende Jim, sie ist tot! Er tut es auf den Sack! Und ich erzähle, Herr Kollege Alexander Hochhoff, war auf Sie, der wird ganz verbrucht! Zuverlässig! Zuverlässig hat er nicht gehört und immer für die rechten Zeitler, Tom Mabotny, Tom mit Haar! Ja, für alle gespungen wollen, war es ein Dichter! Er soll für den Weichstaub des Haaren und war diesen Sommer in unserem Reihen Karl-Heinz-Hauwoll für Sie, meine Damen und Herren! Einmal ein Geschäft, ohne seine Schwester machen, das war sein Ding! Rallt bitte auf für Sie, Dian von Stab! Und hier ist mein einziges Gefängnis, sichert ihn mit überall aus, und sie haut jeden frechsten Kerl auf die Fresse! Für Sie, Uli Lehmann, was vorgeleitet! Er hat das Zeitliche gesegnet, diese Spielzeit! Das tut mir sehr, sehr weh! Für die Freiheit hat er sich geopftet! Tschau, es war immer, man reicht doch! Alle Herzen berührt sie und singen kann sie wie eine Nachtigall! Das schönste Rächeln des Pirat-Crack-Schnoppler-Theaters, Monique Thiele hat selber kurz rechnen! Und jede Familie braucht einen schwarzen Stab, einen verschobenen Onkel, ach, da steht er ja! Der etwas andere Pirat, Gerberg mal als Blackie, da! Wir werden in der Nacht so cool aus dem Ort verstehen, der Gentleman mit dem grausen Haar, dem guten und kleinen Akzent und dem charmanten Lächeln aus den USA! Key West, Florida! Für Sie, Spike, Cassandra, Daniel Olo! Einen ganzen Sommer lang war er die schönste im Haaren, das Glasbuhl, William! Ich habe ihn mitgenommen, damit er mir hilft, eine Insel zu kaufen. Die Insel habe ich nicht geklickt, dafür habe ich zwei kaputte Schiffe. Trotzdem würde ich ihn immer wieder mitnehmen! Ray Copper aus Eugene Miller! Das Buch und die Idee zu dem ganzen Event hat der eine einzige Blitzbirne, wie wir im Norden sagen, mein Intendant Peter Fensper! Fensper! Der Ton und Sound wurde bei euch bereitgestellt von Bernd Hartmann und Patrick Mayrede. Oh, ich habe den Bösen vergessen! Ich habe mir gedacht, die sind schon tot! So, komm mit nach vorne! Mark Zabinski, der Schürzen- und Piratenjäger von den Ahren! Schürzen- und Charmanter kann man seine Beine nicht um die Ecke bringen! Sie war neben Verstraten, Stephanie Theresa! Wir brauchen los, und ich weiß ganz genau, ihr braucht uns! Und ich bitte alle Kollegen, hier nach vorne zu kommen, sich zu setzen! Ein Feuerwerk! Ich sage nur, Magic Crew, Party! Gebt euer Bestes! Ich sage nur, Magic Crew, Party! Ich kenne die Ecke! Ich kenne das Samstag, die Ecke kommen, sich zu marcaien. Ich kenne die Ecke! Ich kenne die Ecke, war eine riesig. X-D-G-Allez! Die Ecke! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank! Kalkula Hauser! Vielen Dank!